7 Minutes Quads 2 Tage, also keine Sorge für die die Serie immer noch feiern, wenn es euch trotzdem gefällt immer noch lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Kinguin vorbei in der Videobeschreibung für PS1 und MaxLofGuthaben oder FIFA Keys und bei Sennheiser für Headsets vom Marktführer, Twitter Facebook ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt gehen wir mal los und suchen uns unseren ersten Spieler für die heutige Episode und zwar wird das wer denn Ich glaube ich nehme Pimin Schwegler, nehme ich Schwegler eigentlich könnte ich Schwegler nehmen, weil, ja äh hat er dummerweise getroffen gegen Hannover am Samstagabend mit dem direkten Freistoß den Sakai unnötigerweise verursacht hat, aber das hält mich jetzt nicht davon ab den zu benutzen kann er ja auch nichts für, dass Sakai so blöd war so, brauchen wir eine Formation, ich würde sagen die Knobel war eben aus Ach, ich sollte ja auch nicht aufmachen, ne 4, 2, 3, 1, kann ich mit Leben ist ja ideal, weil ich wollte ganz gerne Lichtscheine einbauen, so geht das natürlich nicht außer der Info, und der hat man schon mal aber ich kriege das schon irgendwie hin, muss ich noch einen Timer stellen, as per usual kennen wir ja mittlerweile, ist ja ein alter Hut und dann starten wir das Ganze, würde ich sagen in 3, 2 1 und los so, alles klar, die Schweiz hat ja beispielsweise Fabian Scherl als Innenverteidiger, ansonsten äh, bin ich mir da gerade relativ unsicher ähm, Lustenberger natürlich äh, äh, ja, Mario Eggiemann hm Senderos in Form ist natürlich allerdings mit 43 Pace quasi unbrauchbar, as fuck Juru gibt es auch noch Fabian Scherl wäre halt die Sache an sich aber möglich überlegen wir mal wenn man Schwegler auf die andere Seite müssen wir nicht mal nehmen wir mal Scherl auf jeden Fall dazu und jetzt die Frage, Juru oder Lustenberger nehmen wir Lustenberger ja nicht, sondern Juru so Juru ein Spieler, den ich persönlich nicht mag ehemaliger 96er der sich dann für Hamburg entschieden hat ähm gut, dann haben wir schon mal ein Strongly, brauchen wir noch einen Linksverteidiger irgendeinen aus der Bundesliga beziehungsweise wenn wir mal von Hoffenheim nehmen würden dann wären wir natürlich direkt mal ganz gut durch da haben wir Hoffenheim Linksverteidiger haben sie Kim Sin Yu der gestern oder Kim Yin Su wie auch immer Kim auf jeden Fall der gestern der war wirklich richtig, richtig stark das hätte ich nicht so erwartet an die Back hätten wir dann auch noch auf der anderen Seite ich glaube auch für Back entscheide ich mir einfach mal weil Kim ne äh passt schon so dann kommt Fabian Scherr das habe ich ja schon angedeutet ähm als Linksverteidiger da stellen wir dann irgendjemanden hin und als Sechser brauchen wir jemanden von Basel ich habe da schon jemanden im Blick ich weiß aber nicht so wirklich ob das ganz funktionieren wird Raiffeisen Swiss oder Raiffeisen SL auf jeden Fall ähm Basel so mhm Serie D es ginge mit ihm er sieht auch echt nicht schlecht aus aber ich glaube es gibt hier auch noch Diaz oder? ja da haben wir ihn ich glaube Diaz nehme ich lieber so ähm Linksverteidiger jeglicher aus der Schweizer Liga wäre in Ordnung ob es da jemanden ansatzweise vernünftigen gibt ist halt die Frage da bin ich mir noch nicht ganz so sicher das war zweimal richtig schön gefailed ähm spontan fällt mir keiner wirklich ein aber ja ok er spielt bei dem gleichen Verein das ist ein bisschen blöd Aligi und Safari auch das heißt die beiden Besten sind raus weil sie beim gleichen Verein spielen was wir wollen hier overlinken und das will ich eigentlich nicht ähm wie sieht es mit Rechtsverteidigern aus? Sutta äh Rüfli 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 wäre der den ich am ehesten nehmen würde aber dann müsste ich halt doch diesen Kim nehmen aber das ist auch nicht so schlimm das wird schon wieder eine sehr ausgereifte äh ja Verteidigung an sich wieder mal ein gemischtes Team etwas schlechteres hier mir wurde übrigens wieder tausendmal geschrieben ey Max du bist so ein Lauch Alter du bist so geizig ich erkläre es ein letztes Mal weil es ja auch die letzte Episode in Serie ist so ein kleines Schmankerl nochmal für alle die das nicht gecheckt haben bisher das hat seine Gründe warum soll ich mir die Maria für ein Spiel kaufen dann ungefähr der kostet ich weiß nicht 150k oder sowas einfach egal 10k an Textes ja warum soll ich das machen für ein Spiel das ist für mich zumindest Schwachsinn so teure Spieler da zu benutzen ist einfach so deswegen mach ich das nicht ähm muss man mit leben können und ähm ja ich baue ja teilweise trotzdem schon Spiele ein die ein vernünftiges Rating haben deswegen soll man da nicht so sehr rumpusseln wenn ich bitten dürfte und mich schon gar nicht beleidigen außerdem ist Geiz äh ist das kein Geiz sondern Sparsam Sparhaftigkeit Sparsam ich bin ich Sparsamkeit Sparsam ich hab keine Ahnung was das Wort gibt mir egal das ist auf jeden Fall so haben wir das geklärt ähm 10er so ich hätte ganz gerne ähm einen Chilenen natürlich da habe ich einen bestimmten im Blick und zwar Matthias Fernandes Chile Perfekt Horkera ich habe noch nie was von gehört und der Forster Skills nein aber 5 Star Weakfoot wäre ja vielleicht gar nicht mal so uninteressant allerdings glaube ich dass ich eher anders bauen werde und zwar mit ne was gibt es denn für chilenische Szene allgemein so auf der Welt als Stürmer könnte man Vargas nehmen jetzt wollen wir noch einen Hernandes vielleicht gibt es noch einen in der Liga beziehungsweise einen brauche ich gar nicht dann nehme ich noch diesen Joaquera oder wie der heißt äh da ist er und als Stürmer dann Edu Vargas beziehungsweise von mir aus wen anders ist ja an sich erstmal egal welcher Chilene irgendein Chilene halt aber ich glaube er ist schon der Beste und dann sind wir schon mal fertig auf jeden Fall jetzt muss ich kurz überlegen gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit man könnte natürlich auch noch Vidal nehmen anstelle von äh Joaquera aber Vidal ist halt eher ein Sechser wobei der vielleicht auch ganz geil passen würde ne aber der hat auch keine Forster-Skills leider Arbeitsraten für ein Zehner eigentlich nicht so geil der ist halt auch verschwendet da mit 1.8 Defending ne man kann ja trotzdem alles ich weiß nicht bauen wir das kurz mal hier so hin ähm Schwegler kommt auf die Seite wenn wir jetzt hier Fernandes haben ne da Hernandes Fernandes Vidal Vargas nehmen wir jetzt mal an Vidal gucken wir mal nach was es für chilenische Zehner gibt vielleicht gibt es ja noch einen den ich gerade nicht beachtet habe okay man könnte natürlich auch Rabello nehmen weil der hat keine Forster-Skills ähm ja Alexis in Form ginge natürlich auch aber das ist er ist recht schwachsinnig ohm Paredes Pinilla der war auch mal Gold der in Form war mal geil früher Castillo mittlerweile ja bei Brügge war ja bei 96 im Gespräch sieht nicht so stark aus aber lustig Mittelstürmer haben sie da vielleicht einen ja beide Scheiße und zentraler Mittelfeldspieler vielleicht Vidal ich glaube Vidal oder Jorquera halt ne ich weiß es nicht weil defensiv ja vielleicht kann der Schwegler und Diaz noch ein bisschen unterstützen aber dann haben wir vielleicht offensiv zu weh wir machen es einmal mit Vidal das passt schon glaube ich weiß ich noch nicht so wirklich ähm jetzt gucke ich noch mal kurz nach ob ich irgendwie einen anderen Rechtsverteilen kriege damit ich noch ein Torwart habe mal vergessen ne eine Aktion hier schon wieder das gibt es gar nicht das ist äh nehmen wir Coltorti da war noch eine Liga drin Jakub Povic ging er auch obwohl in der Premier League sind wir ja schon Bürki freie Hits ihr könnt natürlich auch einfach ein Torwart von Hamburg nehmen nehmen wir mal Droppen warum nicht Adler fragt ihr euch jetzt weil Adler nicht Stammkeeper bei Hamburg ist und weil Adler zu hohes Rating hat Vidal ja eigentlich auch ne mit Vidal finden wir sowieso wieder ein Scheiß Gegner egal machen wir einfach so ich brauche das eben zu Ende und bis gleich so da sind wir wieder Dortmund hat schon wieder verloren in der Bundesliga ihr Dortmund Fans die hier eventuell das Video gucken schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zur aktuellen Lage würde mich mal interessieren wie ihr das so seht und äh naja unser Team sieht folgendermaßen aus wir haben 1 2 3 4 Nationen nicht so toll allerdings dafür immerhin 1 2 3 4 5 liegen es geht es hätte besser sein können aber ich denke mal damit kann man noch einigermaßen klarkommen wir haben 5-Star-Skiller wir haben 2 4-Star-Skiller ich würde sagen ich gehe in die Partie bis gleich Gegner gefunden das Team heißt Slow es wird nicht Slow sein ekelhafter Typ oder wie man so Minderwertigkeitskomplexe haben kann aber was willst du machen so sind halt die FIFA-Spieler wir haben Musa und Dumbia wir haben Vitinho Martins wir haben Neagle ist das glaube ich auch für 6 ne Evans heißt der gute Mann auf der anderen Seite hatten wir glaube ich Romulo wenn ihr es richtig gesehen habt Obara, Gonzales links hatten wir Corey Aesch auf der rechten Seite DeAndre Jadlin und im Tor auch noch Tim Howard das könnte spaßig werden mal schauen schade wäre auch zu schön gewesen aber bisher läuft es ganz gut also er hatte ein Volley mit Musa aber der war jetzt nicht irgendwie berauscht oder gefährlich oder sowas ich hatte fast eine Schusschance mit Schwegler auch noch fast ja, 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 ja schade das hat sie auch komisch angehört das ist die erste vernünftige Chance und was kommt hier zustande durch so eine Scheiße schon wieder das Tropen, die sich auch nicht mal bewegt ist wieder typisch und da ist die perfekte Antwort perfekt ah, Gott sei Dank habe ich wieder hereingenommen jetzt war das komm, mach noch rein nein wieder hier vielleicht nein schade Halbzeit ich bin, ja man sieht es denke ich mal bei Besitz wo ist der bei mir also bei ihm in der Hälfte ja, das war mehr Glück als was dann eigentlich hatte ich aber auch den rechten Stick nach vorne gedrückt weil okay äh ich habe den rechten Stick nach vorne gedrückt weil ich mir einmal weit vorlegen wollte hat er noch nicht gemacht aber dann habe ich halt ein bisschen Lack vor mir ist auch so ist verdient und da ist das 3 zu 1 wieder wieder schöner Pass nach vorne und das hat absolut nicht lang gedauert das war jetzt sehr sehr schnell hintereinander der Mann kann halt schießen freut man sich dass er quittet und im Endeffekt wächst er wahrscheinlich nur wie Ibarbo ein oder so so ein Vollidiot naja mir soll es recht sein ähm verdienter Sieg zwei Tore von Bideide eins von Vargas Torvorlage von Vargas zwei von Schwegler eine Schwegler also den Dienst geleistet ähm ja er war halt echt ne einen Schuss aufs Tor von Musa der war drin einer von Martens der absolut ungefährlich war ja war jetzt nichts überragendes aber das habe ich ja schon gesagt der hat ein Minderwertigkeitskomplex sonst würde ich mit so einem Team spielen das war's von dieser Episode ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen Daumen oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann ich wünsche euch einen schönen Tag haut rein und ciao